Na, hat das Sonntagsessen geschmeckt? Was machen's jetzt? Ach, Sie wissen's nicht. Kleiner Tipp, kommt's raus zu mir, hier an den Schliersee. Wir machen gemeinsam Zauber. Zauber im Garten. Garten Zauber am Schliersee. Jetzt einfach rausfahren. Ich freue mich auf Sie und wir machen's uns richtig schön. Kaffee und Kuchen gibt's natürlich auch. Ich freue mich auf Sie.